Der Fußsack Downy von Kaiser begleitet Ihr Kind dank großzügigem Schnitt über einen besonders langen Zeitraum und hüllt es im Kinderwagen und später im Sportwagen, Jogger oder Buggy warm ein. Mit den sechs Gurtschlitzen im Rückenbereich fixieren Sie ihn an allen drei und fünf Punkt Gurtsystemen. Mit dem Latz binden Sie Downy am Gestell fest. Das wind- und wasserabweisende Außenmaterial schützt zuverlässig vor Zugluft und Nässe. Es bedeckt auch den langen Mittelreißverschluss, sodass der Fußsack sicher verschlossen ist und kalte Temperaturen keine Chance haben. Das weiche Innenmaterial aus 100% Baumwolle schmiegt sich warm an und schützt Ihr Kind auch an eisigen Wintertagen. Dank Kordel im Kopfbereich können Sie den Fußsack zur Mumienform zusammenziehen und den empfindlichen Kopf vor kaltem Wind abschirmen. Zur Sicherheit verstauen Sie die Kordel in der speziellen Tasche. In der kleinen Tasche an der Vorderseite können Sie Utensilien wie zum Beispiel Schnuller aufbewahren. Da es im Winter nicht nur kalt, sondern auch dunkel und trüb sein kann, reflektiert ein Streifen im Fußbereich Licht, sodass Sie und Ihr Kind besser von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden. Besonders praktisch, über den Zwei-Wege-Reißverschluss können Sie den unteren Teil entfernen und über den Mittelreißverschluss den Fußsack komplett öffnen. So haben Sie für Ihr Kind nicht nur einen Wetterschutz dabei, sondern auch gleich eine warme Unterlage zum Wickeln und Spielen, wenn Sie Freunde oder Verwandte besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017